das war jetzt zu viel mal wieder naja, so haben die mal eine kurze Verschnaufpause na, hier ist noch gut Wasser und Holz hier unsere ja Sache mit der Treppe werden wir hier drüben wahrscheinlich auch noch haben wobei, ne, das war die Sache mit den Baumstimmen und flupp, wieder Holz für die Leere wobei man sich echt langsam fragen muss ist das da Wasser oder ist das äh, ist der Planet einfach blau aber ich glaube, wenn man sich die Spiegelung von der Sonne so ansieht sollte das Wasser sein eigentlich oder die zweite Spiegelung von der Sonne da drüben und wieder Holz, das zum Teufel geht und da noch einer oh, Baumstimmchen äh der ist weit geflogen aber verdammt weit ist der geflogen, ey und da ist der geflogen Untertitelung. BR 2018 Ich überlege gerade, hier fehlt doch ein bisschen was, oder? Nein, das ist da nicht mehr, okay. So, die Seite ist fertig, hier können wir nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir halt warten. Damit wir dann hier anfangen können zuzuschütten, Stück für Stück. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, da geht jede Menge Holzflöten. Ein ganzer Baum. Oh, und den werden sie garantiert runterschmeißen, so tollpatschig wie sie sind. Mal sehen. Da geht einer mehr. Ah, können knapp werden mit Holz. Auf 500 kommen. Das ist aber allerdings auch nicht so wichtig. Ist halt nur schön, den Puffer zu haben. Warum du nicht nehmen Holz von hier? Okay, jetzt sind wir gespannt. Und... Na, meh. Auch noch mit geschlossenen Augen nimmt er Anlauf und... Oh, er hat ihn gekriegt. Boah, ich bin beeindruckt. 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 Das war vielleicht keine so gute Idee, hier anzufangen. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Tja, und ihr beide habt jetzt auch nichts mehr zu tun, weil kein Holz. Tja, und ihr beide habt jetzt auch nichts mehr zu tun. Tja, und ihr beide habt jetzt auch nichts mehr zu tun. Ne, weiter als hier geht nicht. Tja, und ihr beide habt jetzt auch nichts mehr zu tun. So, der Wald liegt brach, bis auf die Stümpfe. Noch wird Holz gebraucht. Wir sind aber wieder schon bei den Erdarbeiten. Der mit seinem einen einsamen Brett. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.